Hallo und herzlich Willkommen bei Weinverstehen leichtgemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und ich freue mich sehr, Dich heute bei der ersten Ausgabe im neuen Jahr 2020 zur 20. Ausgabe von Weinverstehen leichtgemacht begrüßen zu dürfen, mit dem heutigen Titel Terroir, den Weinberg schmecken. Ja, als allererstes möchte ich Euch mal ein gutes neues Jahr wünschen und hoffe sehr, dass Ihr genauso gut in das Weinjahr gestartet seid wie ich und habt vielleicht Weihnachten und Silvester genutzt, um mal die ein oder andere besondere Flasche Wein zu öffnen. Und zum Neujahresbeginn gibt es auch gleich ein paar Änderungen, Überarbeitungen von meinem Format hier. Die möchte ich Euch am Anfang bekannt geben. Und zwar habe ich die Zeit zwischen den Jahren jetzt genutzt, um eine neue Homepage aufzubauen. Ich habe die Seite zum Podcast, weinpodcast.de, herausgelöst aus meiner Firmenseite. Das ist jetzt eine eigenständige Seite und ist eben ab sofort unter dem Link weinpodcast.de zu finden. Und damit verhoffe ich mir zunächst mal eine stärkere Fokussierung und bessere Ansprache an Euch, meine lieben Podcast-Hörer. Und zum anderen möchte ich auch in Zukunft Online-Inhalte ein bisschen mehr getrennt sehen von meinen Offline-Inhalten wie Seminare und Beratungen etc. Das Design ist ein bisschen, aber heißt ein bisschen komplett anders. Mich würde auch interessieren, wie Euch die Seite gefällt. Und neu an dieser Seite ist nicht nur das Design, sondern eben auch die inhaltliche Fokussierung. Und es wird in Zukunft auch einen kleinen Online-Shop auf dieser Seite geben. Dort biete ich Euch an, die Zubehöre bei mir zu kaufen, die ich schon öfters angesprochen habe. Im Einzelnen wird es mein Tischset sein, die Untersetzer für die Weingläser, die Verkostungsnotiz und so weiter und so fort. Alles, was von mir quasi selber kommt, ist dort kostenlos zu bestellen plus Versandkosten. Der Vorteil für Euch wird dann sein, dass dort eben ein ganz einfacher, normaler, üblicher Bestellprozess da ist, sodass das alles automatisiert und über die Homepage direkt zu bestellen ist. Und deswegen habe ich es eigentlich eingerichtet. Ich möchte in Zukunft Euch die Möglichkeit geben, bei mir auf der Homepage die Episodenweine, startend mit den Weinen aus Episode 20, also dieser Ausgabe, bei mir direkt zu bestellen, sodass Ihr Euch nicht mehr selber auf den Weg machen müsst, Euch in einen Laden zu begeben oder das Internet zu durchforsten, um passende Weine zu finden, sondern Ihr werdet bei mir in Zukunft die Weine direkt bestellen können. Das werden dann in erster Linie immer genau die Weine sein, die ich auch tatsächlich selber bespreche. Ich behalte mir allerdings vor, Alternativen zu verschicken, was zum Beispiel den Jahrgang angeht. Wenn jetzt jemand die Weine aus dieser Ausgabe erst in eineinhalb Jahren bestellt, wird höchstwahrscheinlich der Jahrgang nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber dann gibt es eben den neuen Jahrgang, das ist ja dann weitestgehend vergleichbar. Oder eben, wenn der Wein gar nicht mehr beziehbar ist, dann werde ich eine bestmögliche Alternative finden. Aber Ihr werdet in Zukunft eben es noch leichter haben, den Podcast mitzuverfolgen und die Weine direkt bei mir zu bestellen. Dann gibt es noch einen Hinweis darauf, dass ich gebeten wurde, die Hausmeisterei und er ans Ende zu stellen. Das werde ich machen. In Zukunft wird es direkt losgehen nach einer kurzen Einleitung mit den drei Key Facts und der Theorie. Und alle Meta-Infos rund um den Podcast wird es dann erst gegen Ende geben. Aber dieses Mal möchte ich nochmal die Chance aufgreifen, euch gleich am Anfang nochmal auf das laufende Gewinnspiel hinzuweisen. Ein paar Rückläufe habe ich schon erhalten. Und in der nächsten Ausgabe 21 wird dann der Gewinner ermittelt. Die Frage war ja, welcher französische Wein schmeckt ähnlich wie Sherry und wird auch ähnlich bereitet. Da freue ich mich noch auf ein paar mehr Teilnehmer. Und der Gewinner erhält, genau wie beim letzten Mal, das Reinigungsset für Karaffen. Und noch zwei kleine Überraschungen wird es in dem Paket dann auch geben. Ich gelobe auch Besserung im Laufe des Jahres. Ich habe festgestellt, dass ich Instagram und YouTube etwas vernachlässigt habe. Das gleiche gilt für Soundcloud. Das liegt zum einen am Zeitmangel und ehrlich gesagt auch, weil ich mich immer wieder probiere, um zu schauen, wie die Ansprache am besten gelingt. Ich werde in Zukunft vielleicht auch ein bisschen mehr versuchen, die Facebook-Seite von Weinverstehen leicht gemacht zu forcieren. Es hat sich aber gezeigt, dass YouTube doch ein paar Hörer nutzen, um den Podcast zu hören. Deswegen greife ich das nochmal auf. Und auf Instagram besteht anscheinend für viele noch eine einfache Möglichkeit, die Abfotografien der probierten Weine dort zu finden. Und ja, deswegen werde ich das weiterhin pflegen, genauso wie Soundcloud. Habe jetzt aber feststellen dürfen, was mich sehr freut, dass sehr viele von euch mich auch über Spotify hören. Das hat sich ja mittlerweile zu einer eigenen Podcast-Plattform gemausert, kann man fast schon sagen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch aber auch nochmal aufrufen, mich bei iTunes zu bewerten, vielleicht sogar einen Kommentar zu hinterlassen. Es kommen immer wieder ein paar Bewertungen ein und wir haben ja mittlerweile auch schon einen festen Platz in der Genreübersicht Kunst-Essen. Da tauchen wir jetzt in den obersten Empfehlungen immer schon auf. Aber da geht noch ein bisschen mehr. Die Bewertungen sind da ein probates Mittel, um den Podcast noch ein bisschen weiter oben zu halten. Ja, dann würde ich sagen, genug des Vorgeplänkels und wir starten gleich mit den drei Key Facts. Die Verkostung heute wird etwas länger sein, weil es ja der erste Versuch in Anführungszeichen ist, die besprochenen Weine gemeinsam mit einem Freund oder Weintrinker gemeinsam zu genießen. Und wir hatten ja drei Weine verkostet, deswegen fällt in dieser Episode auch der Wein der Woche aus. Sondern wir besprechen ja drei Weine im Rahmen dieser Folge zum Thema Terror. Das habe ich mit der Simone Gnegel gemacht. Und zusammen macht es natürlich immer ein bisschen mehr Spaß und deswegen wird es auch ein bisschen länger. Und ja, wer Lust hat, da mal mitzumachen, kann sich gerne bei mir melden. Dann werden wir gemeinsam eine Verkostung aufnehmen und für den Podcast verwenden. Die drei Key Facts von Episode 20 von Wein verstehen leicht gemacht sind diese Woche. Zum Ersten, der Begriff Terror beinhaltet die Bodenbeschaffenheit. Zweitens, Terroir schließt aber genauso gut das Mikroklima bzw. das Wetter im jeweiligen Jahr mit ein. Und zu guter Letzt mit Terroir muss man auch die typischen Herstellungsmethoden der Region mit einbeziehen. Ja, in den Key Facts kamen ja jetzt einige Begriffe zur Ansprache, auf die ich jetzt noch, bevor wir die Weine besprechen, ein bisschen genauer eingehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich mit dieser Ausgabe ins neue Jahr starten möchte, um einen ganz neuen Themenblock aufzumachen. Und zwar bei den nächsten Episoden wird es ja hauptsächlich darum gehen, was der Winzer machen kann, um einen beabsichtigten Stil zu erzeugen. Und da sind wir dann eigentlich schon auch mittendrin bei dem Thema Terroir. Terroir an sich ist zunächst mal für mich ein weit verbreitetes und auch wichtiges Buzzword aus der Weinbranche. Buzzword deswegen, weil ich denke, es ist ein Begriff, der für viele relativ unbestimmbar ist, auch undefiniert ist, ein bisschen schwer zu greifen ist. Und wenn man im Gespräch ist über Wein, der eine oder andere auch immer ein bisschen was anderes drunter versteht. Somit ist Terroir sicherlich einer der wichtigsten Begriffe in der Weinsprache, weil er eben ganz zentrale Vorgehensweisen und Stellgrößen bei der Weinerstellung umfasst. Aber eben auch ein passendes oder perfektes Beispiel dafür ist, warum die Weinwelt für viele schwer zu fassen ist, die jetzt nicht bereit sind, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Terroir ist sicherlich ein ganz wichtiges Wort, weil es einfach viele Stellgrößen umfasst, die den Weinstil am Ende beeinflussen. Aber eben auch nicht ganz stringent definiert ist und somit Interpretationsspielraum zulässt und zu Verwirrungen führt, weil es einfach auch sehr viele Variablen gibt, die den Wein letzten Endes beeinflussen und damit die Definitionen oft schwammig werden. Ich war froh in der letzten Folge, in dem Interview mit Michael Recktenwald, dass dort er unabgesprochen, muss ich sagen, das Wort Terroir ja schon hat fallen lassen. Und zwar in dem Sinne, dass Terroir in dem Cheresgebiet verstanden wird, was der Winzer mit der traditionellen Herstellungsmethode für ein Wein erzeugt. Da ging es also noch gar nicht darum, welche Bodenbeschaffenheit hat. Das Problem an der Sache ist, dass wir im Deutschen Terroir einfach vom Sprachstamm her eher Richtung Boden oder Bodenbeschaffenheit denken. Allerdings, wie in den Keynotes schon gesagt, umfasst Terroir mehr, nämlich eben auch das Klima und die Herstellungsmethoden, aber nicht zuletzt eben auch die Bodenbeschaffenheit. Und so schließt sich für mich der Kreis, weil wir nämlich heute die drei Weine, die wir probieren werden, alle Variablen herausnehmen bis auf die Bodenbeschaffenheit. Das soll heißen, wir schauen uns an, wie der Boden den Wein beeinflusst. Und ich habe hierzu einen sehr bekannten und großartigen Winzer aus der Nahe herausgesucht, das Weingut Tesch, berühmt für seine Rieslinge. Und die Nahe ist ja ein Anbaugebiet in Deutschland, südlich von Bingen gelegen im Wesentlichen. Und was die Nahe auszeichnet, ist die Bodenvielfalt. Auf relativ kurzer Distanz findet man allerlei mögliche Bodenarten und das ermöglicht den Winzer, ein und denselben Wein auf unterschiedlichen, abgegrenzten Böden anzupflanzen. Und das führt letzten Endes dazu, dass ein Weingut, wie heute das Weingut Tesch, eben mehrere Rieslinge im Angebot hat, deren einzige Verschiedenheit der Boden ist, auf dem er gewachsen ist. Und wie ihr sehen werdet, sind die Unterschiede durchaus groß. Liegt hauptsächlich daran, dass der Riesling allgemeinhin als Rebsorte gilt, die besonders feinfühlig und intensiv auf unterschiedliche Böden reagiert. Und somit bietet sich so ein Vergleich, um die Auswirkung des Bodens auf den Wein herauszufinden, systematisch anzugehen, bietet sich Riesling dafür an, weil eben die Weine dort besonders unterschiedlich ausfallen, je nachdem auf welchem Boden die Weinpflanze gestanden ist. Grundsätzlich zum Thema Terroir noch als letzten Satz. In der Weinwelt gibt es zwei wesentliche Philosophien, die sich nicht gegenseitig ausschließen, würde ich sagen, sondern eher ergänzen. Da werde ich auch die nächsten zwei Interviews, die dann mit amerikanischen US-Winzern stattfinden, nochmal genauer draufgehen. Aber im Grunde gibt es die eine Philosophie, die sagt, der Weinberg entsteht im Weinberg. Das ist, sage ich mal, grob gesagt, die Denkweise, wie wir sie im Burgund finden. Und zum anderen ist die Philosophie, der Wein wird erst im Keller gemacht. Das ist im ganz Groben gesehen vielleicht mehr die Denkweise im Bordeaux. Das schlägt sich auch zum Beispiel nieder in der unterschiedlichen Klassifikation der beiden französischen Weinanbaugebiete. Im Bordeaux wird das Weingut klassifiziert, im Burgund wird die Lage klassifiziert. Ein fundamentaler Unterschied, auf den ich nochmal später in anderen Folgen eingehen werde. Aber da sieht man eben schon, wo der Fokus zum Teil liegt. Das schließt sich auch gar nicht aus, wie gesagt, ich sehe es eher als Ergänzung, aber es ist ein Hinweis darauf, wie die Fokussierung vielleicht ist. Im Sherry-Bereich haben wir ja eben jetzt gerade oder beim letzten Mal gehört, dass der Begriff Terror auf die Herstellungsmethode sich bezieht. Und im Burgund ist es mit Sicherheit, liegt dort der Fokus mehr auf die Lagen. Gut, dann hoffe ich alle Unklarheiten bezüglich Terror beseitigt zu haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dort noch Klärungsbedarf gibt, dass ihr euch bei mir meldet. Schreibt mir eine E-Mail oder ein Audioscript und dann werde ich beim nächsten Mal vielleicht, wenn noch Fragen sind, auf das Thema Terror nochmal genauer eingehen. Und jetzt beschäftigen wir uns mit den drei Teschrieslingen aus dem Jahr 2015. Als Vorbereitung für die Verkostung empfehle ich euch für heute drei Gläser bereit zu bestellen. Das Interessante heute ist ja, die drei Weine parallel zu verkosten im direkten Vergleich, um die Unterschiede herauszuschmecken. Das heißt, ihr braucht drei Verkostungsgläser. Der Riesling, der Weißwein, kommt natürlich frisch gekühlt aus dem Kühlschrank. Wie immer, was ihr aber schon längst wisst, eine weiße Unterlage zur objektiven Bestimmung der Weinfarbe. Und dann kann es auch schon losgehen. Simone, ich begrüße dich ganz herzlich heute bei mir wieder zu Hause. Und das zweite Interview, was ich jetzt bei mir zu Hause schon mache. Und ja, wir sind fast quasi Nachbarn, würde ich sagen. Stimmt, ja. Ich wohne in einer Hohenkammer und du im Nachbarort Petershausen. Richtig. Und haben uns eigentlich kennengelernt über den hier ansässigen Weinkonvent. Genau. Und der Weinkonvent ist, ja, wie soll man das beschreiben? Du bist schon viel länger dabei, nicht? Ich habe den quasi mitbegründet. Ah, okay. Das wusste ich auch nicht. Das siehst du schon mal gut. Und zwar Gründungsjahr 2006. Und das war im Januar, soweit ich weiß. Und das war, also beim ersten Abend war ich nicht dabei. Ich war auch gerade in der Hohenkammer gezogen. In 2005 und 2006 habe ich davon gehört und bin flugs dahin, weil ich schon sehr, 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 sehr lange Weinfreak bin. Und ja, bin im Februar dazugekommen und habe da auch unter anderem die Inge Dils kennengelernt, die da schon auch mit aktiv war. Und wir haben uns dann angefreundet und festgestellt, dass wir auch direkte Nachbarn sind. Okay. Und ja, und dann habe ich mit der Inge das eigentlich von dem Gründer übernommen und wir haben das dann weiter verfolgt, haben auch die Website aufgebaut und gepflegt und haben uns natürlich um alles andere auch gekümmert, um die Veranstaltung, um die Winzer, die hin und wieder mal zu Besuch kommen und haben dann auch die Weinpräsentation gemacht. Und die Homepage, die gibt es noch, weil ich glaube, ich habe mal letztens versucht, draufzuschauen, aber da bin ich irgendwie, glaube ich, nicht weitergekommen. Die gibt es nicht mehr, da gab es noch einige Veränderungen. Ich war auch eine Zeit lang beim Weinkonvent nicht dabei, weil ich nach Freising gezogen war zwischendurch und bin dann später wieder dazugestoßen und da fehlte es eigentlich an den Leuten, die das gerne pflegen wollten. Und deswegen hat man dies nicht mehr weiterverfolgt. Aber mittlerweile, glaube ich, ist er ja ganz gut besucht. Also er findet jeden Monat statt, ich glaube, jeden dritten Donnerstag, wenn er den Kopf hat. Und ja, je nach Jahreszeit und Thema sind es mal mehr oder mal weniger, aber ich denke, so mindestens sechs bis acht sind es immer und in ganzer Stärke sind es fast über 20 dann, glaube ich. Ja, ich denke auch, so eine volle Mannschaft sind wir mit mindestens 25 und meistens sind so die Besucherzahlen zwischen 10 und 15. Und das ist eigentlich ein Selbstläufer. Also Werbung brauchen wir nicht mehr machen. Okay, machen wir jetzt trotzdem, wer es mal hören möchte oder dazustoßen möchte, weil ich denke mal, es sind auch einige Hörer jetzt hier aus dem näheren Umfeld da und vielleicht hat der eine mal Lust, da vorbeizuschauen. Ich denke, dann kann er sich bei dir oder auch bei der Inge eben dann melden oder kommt einfach mal so dazu oder meldet sich bei mir und dann kann man auch da den Kontakt dann nochmal herstellen. Aber das Spannendste ist eigentlich mit, finde ich, wenn halt immer die Winzer dann auch zum Teil da sind, weil man da einen ganz engen Kontakt sich mit den Winzer halt austauschen kann und halt auch mal, die sich dann auch ganz gerne ein bisschen in die Karten schauen lassen und das ein bisschen anders abläuft, wie es jetzt eigentlich bei denen oft selber im Betrieb ist. Ja, ganz genau. Erstmal gibt es frischen Wind. Du kriegst also geballtes Profi-Wissen direkt aus dem Weinbeck, kann man sagen. Und das ist natürlich immer noch mal ein ganz anderes Level an Infos und auch an geballtes Wissen, was darüber kommt. Wir hatten beispielsweise vor drei Tagen den guten Herrn Brennfleck aus Franken da und er hat komplett sein Silvana-Programm vorgestellt. Okay. Hochinteressant. Ja, das glaube ich. Wie viele Weine waren es dann? Ich glaube, er hatte acht Weine vorgestellt. Ich will zum Schluss dann auch noch die Beeren auslesen als gutes Finish. Und das war wirklich, wirklich schön. Er hat das auch ganz toll präsentiert und auch wirklich viel, viel Wissen rübergebracht. Und sein Ding ist eben auch Terroir. Er hat da auch viel, viel über die Böden erzählt, über die klimatischen Verhältnisse und das war wirklich hochinteressant. Terroir ist ja auch unser Thema heute, aber bevor wir da jetzt noch drauf eingehen. Du bist ja auch in der Weinbranche auch tätig oder zumindest tätig gewesen mit einer ähnlichen Ausrichtung, wie es ich ja auch versuche. Also ich bin mit Wein schon sehr lange unterwegs, habe zwischendurch ein Weinbusiness gehabt, aber nebenbei, neben meinem Hauptjob. Ich bin seit fast 20 Jahren Assistentin der Geschäftsführung in München und Wein beschäftigt mich eben schon sehr lange. Und ich habe dann in 2011 ein kleines Weinbusiness gegründet mit Webshop. Schwerpunkt waren georgische Weine. Das ist halt sehr speziell, weil das eine Riesentradition hat mit Amphoren. Eigentlich sind das so die Begründer des Weinbaus oder der Weintechnik. Und das hat mich sehr fasziniert und habe dann mich mit dem Wein beschäftigt und die auch verkauft und auch Präsentationen damit gemacht. Naja, super. Also ich glaube, nächstes Jahr im Frühjahr wird es auch eine Folge geben zu georgischem Wein. Also Rüstung des Wein wird die heißen. Da werden wir dann vielleicht nochmal ins Gespräch kommen. Entweder aus Bezugsquelle oder auch gerne nochmal aus dem Interview. Muss man mal schauen, was ich dir dann nochmal rauslocken kann. Aber ja, jetzt versuchst du quasi auch oder bist, das heißt versuchen, du machst jetzt auch die Ausbildung zum Weinakademiker. Also stößt in dieselbe Richtung wie ich. Wie ist da der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, also ich bin seit einem Jahr dabei, habe jetzt vor ein paar Tagen meine zweite Prüfung absolviert, hoffentlich erfolgreich. Und werde im Anfang Januar das Modul 3, die Prüfung belegen, was eigentlich so das Highlight ist. Oder man kann auch sagen, die schwerste Prüfung ist. Da brauche ich auch einiges an Vorbereitungszeit. Ja, und wenn das erfolgreich gelaufen ist, dann beginne ich mit der Diplomarbeit. Prüfungarbeit. Also ich hoffe, dass ich in einem Jahr das abgeschlossen habe und mich Weinakademiker nennen darf. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, weil es ist einfach, gerade die Unit 3 ist einfach ein Wahnsinnsberg an Wissen, was man da sich reinschaufeln muss. Und ich glaube, eine der größten Schwierigkeiten ist meiner Erfahrung nach auch, dass die Leute sich halt wahnsinnig schwer tun, diese Denke, die man ja eigentlich dort vermittelt bekommt, wie man Weine probiert und beschreibt, sich da oft gar nicht so gern unterordnen. Ja, weil viele, die dort ja die Kurse machen, haben ja jahrzehntelange Erfahrung in der Weinbranche. Sei es aus Sommelier, im Einkauf oder wo auch immer in der Produktion. Und dann kommt man da rein in so ein System und kriegt quasi als jahrelang erfahrener die Weinwelt nochmal erklärt. Oder Weine und da trägt es dann schon einige aus der Kurve, weil es halt mit ihrem Blick auf die Weinwelt nicht hundertprozentig kompatibel ist. Und da werden halt immer Grundsatzdiskussionen geführt, ist meine Erfahrung. Das stimmt, ja. Das fällt ihnen schwer dann. Ja, man muss sich an ein Schema halten. Also das ist einmal die Analyse und das Zweite ist halt die Qualitätsbewertung. Und da muss man sich halt an die Schemate halten und das erfordert ein bisschen Übung und auch Anpassungsfähigkeit. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es eigentlich auch dann irgendwann eine Routine, das zu machen. Ich denke schon, dass es ganz gut geht dann. Ja. Du bist ja heute mein Versuchskaninchen. Es ist ja heute die erste Verkostung, die ich mit jemandem zusammen mache im Rahmen des Podcasts. Ich habe euch Hörer gerichtet. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich natürlich auch nochmal bei mir melden würde mit Themenvorschlag bzw. Interesse daran, mal mit mir gemeinsam für den Podcast eine Verkostung aufzuzeichnen. Da könnt ihr euch gerne auf jeden Kanal bei mir melden. Und ja, für mich ist das heute genauso spannend, mal mit jemandem, der genauso wachkenntnisreich ist wie ich, jetzt gemeinsam Wein zu verkosten im Format. Und wir haben uns für heute drei Rieslinge ausgesucht. Das Thema der heutigen Sendung ist ja Terroir. Terroir ist ein bisschen ein Buzzword. Ich weiß nicht, wie würdest du beschreiben, was das alles umfasst? Also das ist eigentlich vielfältig. Ich glaube, man hat so die erste Assoziation, wenn man das Wort hört, ist wahrscheinlich Buden, könnte ich mir denken. Aber es ist eigentlich auch noch mehr. Also die Franzosen haben da ein bestimmtes Begriffsbild, nämlich das ist einmal der Mensch. Der greift natürlich ein entsprechend mit dem Produkt, was er letztendlich haben möchte. Das Klima spielt natürlich eine Rolle. Gibt es eine Trockenheit? Müssen die Reben tief wurzeln? Haben die Trockenstress? Gibt es eine Bewässerung? Oder gibt es einfach genug Niederschlag? Gibt es Morgentau oder Nebel? Also das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Hanglagen, wo es vielleicht Erosion gibt. Also ich denke, das spielt alles eine große Rolle. Und ich vermute, dass die Franzosen das auch als Gesamtbild sehen. Aber das ist genau das, denke ich, was den weniger geschulten Hörer oder Weintrinker halt oft Probleme bereitet. Zum einen ist es halt ein abgedroschenes Wort, dass es halt schon so ein Buzzword ist, würde man jetzt auf Neudeutsch sagen. Und mangels einer schlüssigen, allgemein anerkannten Definition interpretieren halt alle Leute mehr oder weniger mit rein. Aber ich würde mich eigentlich deiner Beschreibung jetzt schon anschließen. Nichtsdestotrotz ist es so, da wir ja euch auch ein bisschen was vom Wein vermitteln wollen und die Hintergründe beibringen möchten oder auch das Verständnis für den Wein erhöhen möchten, war die Idee eben heute, von den ganzen Variablen, die du aufgezählt hast, möglichst viele herauszunehmen. Und den Begriff Terroir heute tatsächlich ein bisschen strenger auszulegen, weil die drei Weine vom Weingut Tesch, wie gesagt, sind im Prinzip identisch, bis auf den Umstand, dass die Geologie der Boden unterschiedlich ist. Abgesehen mal vielleicht von kleineren Unterschieden im Mikroklima, weil natürlich die Lagen nicht alle am selben Ort sind, haben nicht die gleiche Ausrichtung. Das heißt, das Klima spielt hier sicherlich auch noch mit rein. Aber bei diesem Line-Up, bei diesem Flight, wie wir es heute haben, sind viele der Variablen, die jetzt den Wein bestimmen, in seiner Stilistik eigentlich rausgenommen. Und als wesentlicher Unterschied bleibt eben dann die Bodenart, auf dem der Riesling steht. Warum Riesling? Riesling ist allgemein genau wie Silvana eine Rebsorte, die sich auszeichnet, dadurch sehr stark auf den Untergrund zu reagieren. Sprich, die Weine fallen sehr unterschiedlich aus, je nachdem, auf welchem Boden sie gewachsen sind. Und die Nahe ist, sag ich mal, Deutschlands Paradestück für sowas, wenn man jetzt von Terrorweinen sprechen möchte, beziehungsweise eine gewisse stilistische Bandbreite abdecken möchte, weil die Nahe ist eigentlich das Gebiet, wo, ich glaube, so gut wie jede Gesteinsart vorkommt und das vor allem in sehr kurzer Abfolge. Da findet man eigentlich alles. Das Weingut Tesch kommt aus Langenholzheim, wenn ich es, glaube ich, richtig mir gemerkt habe. Das ist zwischen Bad Kreuznach und Bingen eigentlich fast schon am Ende von der Nahe, bevor es in Rhein windet. Warst du mal in der Ecke schon? Ich war mal in der Ecke, aber da war ich doch mehr auf Rhein konzentriert. Ich meine, das ist ja alles sehr nah beieinander, wie du schon sagst. Aber ich bin einmal durch das Nahegebiet gefahren, aber ganz ehrlich, viel mehr habe ich dann noch nicht mitbekommen. Ich habe mir das noch nicht im Detail angesehen. Also ich war einmal da, und zwar an dem Wochenende, wo ich graduiert worden bin auf Schloss Vollraths, Weinakademiker. 2015 war das dann an dem freien Tag dann, bin ich dann mit dem Auto mal rübergefahren. War gut Hermannsberg, bis darüber sind wir gefahren. Und mich hat die Landschaft total geflasht. Es ist dermaßen schön, diese engen, bewaldeten Täler da mit den wirklich tollen Weingütern. Und es gibt dort viele große Weingüter. Also Tesch ist jetzt sicherlich ein Bekannter, weil er halt als Typ auch sehr markant rüberkommt. Macht ja auch Rockmusik zusammen mit den Toten Hosen zum Teil. Die treten ja gemeinsam auf. Und einen Wein, den er ja gemacht hat, den unpluggt, hat er ja quasi auch seiner Jugendband gewidmet. Also die machen auch ein bisschen was zusammen. Aber Krüger Rumpf zum Beispiel ist noch im Weingut einer meiner Liebsten. Es ist in Bingen. Es sind etliche gute VDP-Weingüter, also gut Hermannsberg auf jeden Fall. Was fällt dir noch ein an großen Weingütern? Deal. Deal zum Beispiel, richtig. Also da wird man schon fündig dort. Also da findet man schon echt wirklich tolle. Gut, dann erwidmen wir uns mal den drei Weinen, bevor wir noch trockenere Kehlen bekommen. Wir haben jetzt die drei Flaschen vor uns. Ich habe mal kleine Flaschen bekommen sogar, also halbe Flaschen sagt man dazu, 375 Milliliter. Ist für zwei Leute zum Verkosten völlig ausreichend. Und ja, die Weine kommen ganz klassisch daher. Diese Flaschenform, Schlegelflasche, glaube ich, nennt man sie. Haben einen Schraubverschluss. Ich mache mal die erste auf. Die sind alle farbig. Alle farbig, genau. Der jetzt hat ein hellblaues, markantes hellblau. Den ersten, mit dem würde ich sagen, fangen wir an. Das ist der TESCH Riesling Königsschild. Schenkt mir einfach mal was ein und gibt es da dann rüber. Der TESCH, finde ich, hat auch ein ausgezeichnetes Marketing. Also du hast die Farbe schon angesprochen. Die sind alle farblich unterschieden. Die Lage, also die Bezeichnung bezieht sich letzten Endes auf die Lage, wo der Wein herkommt. Das sind alles Lagenweine. Und das Königsschild ist eben eine Lage, die Kalkstein und Lösswalm zeigt. Was fällt dir noch auf bei der Flasche, wenn du die anschaust, Simone? Was kann man da noch sagen? Also die Flaschenform ist relativ klassisch. Hinten das Etikett. Ja, eigentlich gibt es mehr zum Besten, wie jetzt vorne drauf steht. Also der Jahrgang, wir haben jetzt hier 2015. Also die Weine sind schon alle gereifter. Dann hinten die ganz normale AP-Nummer. Das ist nach dem deutschen Weingesetz ist das die Zulassungsnummer von denen. Das ist also quasi nicht nur jetzt Eigenmarke, sondern die Weine erfüllen natürlich auch alle Angaben für Qualitätswein, wie es hinten auch drauf geschrieben ist. Ja, die Flaschen sind sehr auffällig, wie gesagt, von den Farben. Die haben alle ein Bild drauf. Bild drauf, genau. Was witzig ist oder was ich ganz lustig finde, es ist da oben eine Person abgebildet. Ich nehme mal an, das ist der Gründer des Weinguts oder weißt du das? Ich habe es nachgelesen, um ehrlich zu sein. Es ist sein sechsfacher Urgroßvater. Und er macht das Weingut mittlerweile schon in zehnder Generation. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Das ist toll. Und wahrscheinlich ist das der älteste Vorfahr, wo es noch ein Bild gab. Also ich weiß nicht, ob er noch von seinem zehnfachen Urgroßvater hat. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn man sagt zehnfacher Urgroßvater, ob das dann acht Generationen sind oder ob es dann, na, müsste man immer fragen, welcher das dann wirklich der Gründer war. Aber alle seine Weine, die unter dem Namen des Weinguts vermarktet werden, haben eben seinen Urgroßvater mit drauf. Genau. Ja, mach die Rücken auf. Ich wollte nur sagen, hier oben auf der Folie steht auch noch Handgeflippt. Ich glaube, es steht auch auf allen drauf. Handpickt, ja, genau. Das ist natürlich auch nochmal, dass er deutlich machen möchte, dass er sehr viel Wert auf Handarbeit legt. Es sind Weine, die jetzt nicht für die Ewigkeit gemacht sind, sondern für einen baldigen Verzehr, was immer das heißt. Aber die Farbe dunkelt natürlich trotzdem noch. Ja. Dann rieben wir mal rein in den ersten. Ja, einfach, einfach herrlich, ja. Mehr braucht man fast gar nicht sagen, ne? Es war so typisch Riesling. Ja, absolut. Kann man im wahrsten Sinne des Wortes blind erkennen. Ich habe auch eine Petrolnote. Absolut, ja. Wollen wir das erklären, was die Petrolnote ist? Ja, kann ich gerne machen. Ja, das sagt man, das ist diese Reifennoten vom Riesling. Man kann, oder man hat schon darüber diskutiert, ob man das als Fehler hinnimmt. Ich würde das nicht sehen, höchstens, wenn das extrem stark ist. Hier ist es, würde ich sagen, Mittel, die Petrolnote. Ich mag das sehr. Ich finde, das hat eine typische Charakteristik. Ja. Und das deutet auf eine leichte Reifung hin oder auch schon auf eine fortgeschrittenere, aber nicht zu fortgeschritten. Das riecht überhaupt nicht, nicht fieren oder. Ne, also ein untypischer Alterungston, wie der Fehler ja da manchmal heißt, ist es definitiv nicht. Absolut nicht. Ich bin jetzt nur tatsächlich auch überrascht, wie gereift der Wein jetzt in der Nase schon vorkommt. Vielleicht ist eine Komponente, die ich bei dieser ganzen Diskussion mit den Flaschenverschlüssen bisher nicht erwähnt habe, ist halt auch die Flaschengröße. Je kleiner die Flasche, desto schneller reift ein Wein. Das heißt, hier kann es schon durchaus zum Tragen kommen. Und wenn wir jetzt eine normale Flasche oder auch eine Magnum vom selben Wein hätten, dann bin ich mir fast sicher, dass der noch nicht so gereift werden würde, wie der hier ist. Ich kann mal von ausgehen, ja. Petrolnote, vielleicht ein kurzer Seitenhieb. In Australien werden ja auch Rieslinge gemacht und die stehen ja auf die Petrolnote total und die machen ja in der Herstellung schon alles Mögliche, damit die Beine von Anfang an eine ausgeprägte Petrolnote haben. Da wird es mir aber meistens zu viel. Also hier beim gereiften Riesling aus Deutschland oder aus dem deutschen Sprachraum zumindest, finde ich es eigentlich sehr schön. Petrol, was hat er sonst noch? Früchte sind auf jeden Fall noch da. Reife gelbe Früchte. Ja. Exotisch würde ich es aber noch nicht bezeichnen. So weit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber er hat schon auch eine Steinfrucht. Aber alles reife Früchte. Sehr reif, ja. Noch ein reifer Apfel oder roter Apfel? Gratlinig. Ja. Oder? Ja, fokussiert. Also was mir positiv auffällt ist, die Aromen sind schon sehr intensiv, haben auch eine gewisse Länge. Ja, kann ich bestätigen. Er wandelt sich auch im Mund. Also ich finde schon, und das ist ja einer der Qualitätskriterien, die objektive Einschätzung ist, Komplexität. Und die bringt der Wein auf jeden Fall mit. Was ich jetzt spannend finde hier ist, dass die Säure mir als sehr angenehm vorkommt. Also manchmal hat man ja Rieslinge, das sind richtige Säuremonster. Die fräsen dir die Zähne raus, hat man manchmal den Eindruck. Aber der hat auch nicht wenig Säure, ich kenne die Analysewerte jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, sieben Gramm, gut und gerne. Ist schon markant. Ist schon markant, aber super integriert. Sehr integriert, sehr angenehm, weich, so eine schöne Verbindung mit der Frucht und hat auch eine schöne Textur und hat auch eine gewisse, an Cremigkeit kann man das jetzt nicht unbedingt nennen, aber er hat eine hohe Wissensität. Man sieht schon die Schlieren am Glas, also er hat eine gute Reife, die sehr harmonisch ist, ist gut ausbalanciert. Sehr, sehr wenig Zucker. Trocken, ja, definitiv trocken. Also ich glaube auch, dass das sein Merkmal ist, wo er auch drauf Wert legt. Mein Eindruck ist, dass die Tendenz ja dazu geht, die Weine immer mehr off-try, heißt es im Englischen, zu machen, also mit einer gewissen Restsüße. Also wir reden da von zwei, drei, vielleicht manchmal vier Gramm Restsucker, gerade bei säurebetonten Weinen. Um diese Säure-Spitze zu nehmen, um die Weine gefälliger zu machen. Ich glaube, das ist genau das, was er nicht machen möchte. Der gärt die immer durch bis zum Ende. Bis zum Ende, ja. Er bleibt natürlich ein Gramm drin, ein halbes, je nachdem, wie es halt gerade läuft. Aber das braucht der Wein auch nicht. Das ist das, wo man jetzt auch die Qualität, denke ich, sieht, dass die Säure überhaupt nicht bissig kommt oder zu scharf wirkt oder neben dem Wein steht oder sowas. Die ist bestens integriert, die ist voll da. Der Wein ist super lebendig. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, mehr als ein, zwei Jahre würde ich ihn jetzt in der Flasche wahrscheinlich nicht aufheben. Würde ich auch so sehen. Also, hat er überhaupt einen Korkverschluss oder macht er komplett 100 Prozent? Die großen Flaschen hat er Kork. Hat er Kork, ah, okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich denke auch, das ist jetzt kein Wein, den man jetzt noch einige Jahre in den Keller legen sollte. Nee, definitiv nicht. Also, ich würde ihn jetzt schon auch demnächst trinken, ja. Mit viel Spaß im Glas. Also, das ist wirklich... Ja, also... Das macht Laune, weil er jetzt so sehr harmonisch ist. Und wie du schon sagst, er hat eine frische, eine Lebendigkeit. Er ist saftig. Also, halt auch sehr aromatisch, aber nicht so extrem fruchtbetont, dass man sagt, er hat eine Fruchtbombe, sondern der ist wirklich... Ja. Oh, auch noch Stolper ist diese... Ich kann es noch nicht besser beschreiben, aber der hat so eine Salzigkeit in der Mitte. Also, das ist Mineralität pur. Der kommt... In der Mitte hat man auf einmal so einen salzigen Anflug. Ganz, ganz extrem. Also, das ist das, wo ich sagen würde, nennen wir ihn meinen, wo ich Mineralität schmecke. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die anderen zwei sind. Aber beim Ersten, der hat diese typische Salzigkeit, wo man vielleicht noch am ehesten sagen kann, hier tritt der Boden in den Vordergrund, die Mineralität der Boden wird hier ins Glas gebracht. Und das spiegelt sich eben ganz gerne mit so einer Salzigkeit. Das war jetzt Löss und Lehm, richtig? Löss und Lehm, ja. Lehm gilt ja generell aus dem Boden, der die Weine, die er säure ärmer macht oder erscheinen lässt und ein bisschen breiter. Bisschen abgepuffert, ne? Bisschen abgepuffert, ein bisschen gedämpfter alles, ein bisschen... Wenn die Qualität nicht stimmt, vielleicht verschmiert, könnte man auch sagen, es ist jetzt kein Boden, wo die super eleganten Schwerter rauskommen. Das ist eher immer so ein bisschen barocker vielleicht, kann man so sagen. Guter Ausdruck, weil ich habe gerade schon überlegt, er hat eine schöne Mineralität, was ich persönlich sehr gerne mag. Aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als elegant bezeichnen. Das ist er jetzt nicht wirklich. Was der Qualität aber keinen Abbruch tut. Ehrlich. Gutes Beispiel auf jeden Fall schon mal dafür, dass man die meisten Weine viel zu jung trinkt und man sich viel mehr Weine auf die Seite legen müsste. Und gerade bei Riesling, ich meine, es ist eine kleine Flasche, aber mit Schraubverschluss, wie gesagt. Aber der macht nach drei Jahren, jetzt ist er ja vier Jahre alt schon, der Wein, macht da ja auf jeden Fall mehr Spaß wie am Anfang. Also der hat davon auf jeden Fall profitiert, würde ich sagen. Ja, ich bin ohnehin ein Freund von gereiften Wein. Man sollte viel mutiger sein bei den Weißweinen, die mal länger wegzulegen. Also ich kann da nur für plädieren, ja. Ja, dann schauen wir uns den zweiten an. Das ist jetzt der Carthäuser. Jetzt muss ich nochmal auf meinen Spickzettel schauen. Carthäuser wäre roter Sandstein. Roter Sandstein fällt mir jetzt spontan ein, weil du gerade Franken vorher erwähnt hast. Roter Sandstein, Verwitterungsboden ist ja frankentypisch, genau. Ganz anders in der Nase. Erschaulich, ne? Ja, absolut. Verrückt. Hat auch eine leichte Petrollnote. Aber bei Weitem nicht so ausgeprägt. Bei Weitem nicht so ausgeprägt. Etwas, also deutlich dezenter, aber es ist da. Auch eine ganz andere Frucht. Eher weißfruchtig. Ja, genau. Weißer Viersicht fällt mir gerade ein. Birne, der Klassiker. Birne, absolut, ja. Vielleicht auch mehr der grüne Apfel jetzt. Mhm. Es ist auch ein bisschen Quitte. Es ist ein bisschen was. Ganz zum Schluss ein leichter Honig. Ja. Akazien-Honig-Note, aber ganz dezent. Aber auch hier merkt man schon wieder, wie komplex der Wein schon in der Nase ist. Absolut. Und ich bin jetzt schon froh über die Auswahl. Weil, wie gesagt, gleicher Jahrgang, gleiches Weingut. Herstellungsmethodik identisch. Wetter identisch. Boden anders. Boden anders, ja. Und das kommt dann raus. Ja, das ist wirklich spannend. Der hat mal richtig Dauer hier. Der ist etwas straffer am Gaumen. Hat eine höhere Fruchtigkeit. Aber mehr ein bisschen Zitrusfruchtigkeit. Ja. Ja. Sehr trocken, ja. Trocken ist auch. Aber das wird bei allen so sein. Die Säure auch perfekt. Ja. Ganz harmonisch. Ganz harmonisch. Ja, wenn ich jetzt nochmal reinrieche, dann finde ich jetzt auch mehr Zitrus. Zitrus kommt mehr zum Ausdruck. Also mehr Zitronenzeste von mir aus. Zitronenzeste, ja. Aber ohne Herbenoten. Also keine Grapefruit, keine Limette. Richtig. Das ist wirklich eine ganz saftig reife Zitrone. Ohne, dass man jetzt damit die Säure zu hoch jubeln würde. Aber der Druck ist noch größer, finde ich. Ja, absolut. Deutlich, ja. Was ich jetzt spannend finde, ist, er schreibt auf seiner Seite, dass der Kathäuser eine zurückhaltende Säure meistens mit sich bringt. Und die Trauben einen gewissen Reife-Vorsprung haben. Okay. Das ist wahrscheinlich eine Lage, die von der Ausrichtung her dazu führt, dass die Trauben vielleicht ein paar Tage früher reif werden oder schneller reifen insgesamt. Normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt von Reife spricht, geht es gerne ins Tropische rein, ins Exotische. Hat man hier aber nicht. Und das fand ich jetzt das Spannende, weil wir eigentlich beide gesagt haben, der erste vom Löss ist eher ein bisschen gelbfruchtiger. Hier hat man gesagt, okay, vielleicht nicht ganz so reif. Aber was man jetzt schon gemerkt hat, ist, dass der Aromendruck kräftiger war. Ja, die Salzigkeit ist auch ein bisschen da, aber nicht ganz so ausgeprägt wie beim ersten. Ja, dem würde ich auch zustimmen. Aber insgesamt wirkt der Wein für mich schon ein bisschen kraftvoller. Ein bisschen. Ja, ja, genau. Der Körper ist auch ein bisschen breiter. Ja, der macht echt Spaß. Mhm. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass im Laufe der Flaschenreife sich die Unterschiede vom Terroir und nicht nur diese, sondern auch Kellertechnik, Reife etc., die Unterschiede werden eigentlich größer noch mit der Flaschenreife. Also wenn man die jetzt im ersten Jahr nach der Lese getrunken hätte, wären die Unterschiede wahrscheinlich auch da. Hätten sich wahrscheinlich auch anders ausgedrückt. Aber durch die Flaschenreife trifft die Weine gefühlt stilistisch noch ein bisschen mehr auseinander. Weil dann jeder so die Chance hat, seine Spezialität oder Charakteristik noch ein bisschen mehr zu zeigen. Ja, ist einfach toll. Der macht wirklich viel Spaß. Ja. Weißt du Näheres über Kellertechnik, welche Hefen er verwendet? Oder? Nee. Also Kellertechnik, ich würde sagen, die waren jetzt alle nicht im Holz, ehrlich gesagt. Ja, das würde ich auch so sagen. Wenn, war es großes Holz, aber eher zur Abrundung, wobei das jetzt schwierig zu sagen ist nach drei Jahren oder vier Jahren, weil sie ja jetzt schon gut gereift sind. Das ist schwer zu erkennen beim großen Holzfass, ja. Weil ich sage mal, was das große Holzfass macht, ist ja im Grunde ein bisschen die Reifung vorwegzunehmen durch den Sauerstoffkontakt. Und wenn ich jetzt den Wein ein paar Jahre in der Flasche liegen lasse, ist zwar nicht das Gleiche, aber, sage ich mal, der Eindruck in jungen Jahren, dass der Wein im Holz war, verschwindet immer mehr, weil einfach die Reifung in der Flasche immer mehr in Vordergrund tritt. Was er macht, ist eigentlich ganz klassisch schon Stahltank hauptsächlich. Also eigentlich schon eher die reduktive Ausbauweise, aber ich finde es auch spannend, wie sich die Weine in einem Glas jetzt entwickeln, wo sie jetzt langsam wärmer werden. Also man kann wirklich von Komplexität sprechen, im besten Sinne ja so. Man hat viele Aromen, viele Nuancen. Und der Pier, der sich auch im Mund entwickelt, hat einen schönen Abgang. Ja, die Länge ist auch spitze. Ja, durchaus empfehlenswert. Kann man durchaus empfehlen, ja. Vielleicht für die, weil ich in meiner Excel-Liste, die ihr jetzt im Download findet, auf meiner Seite, steht der Preis jetzt für die halbe Flasche. Die ganze Flasche verkauft er im Augenblick, der aktuelle Jahrgang 2018, für 14,50 Euro. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich die Preise sehr, sehr moderat finde im Verhältnis mit der Qualität oder zu der Qualität. Da rufen andere Winzer andere Preise auf, deutlich höhere. Also ich finde das wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis um das Mal. Das hört sich jetzt komisch an. Aber die Qualität ist wirklich außerordentlich gut und die Preise sind sehr moderat. Ich schaue gerade nur mal auf die Flasche, weil er ist ja kein VDP-Mitglied, oder? Na, ist er nicht. Das habe ich schon mal gehört. Dabei habe ich jetzt keine näheren Infos zu. Ich vermute mal, dass er da sein eigenes Ding machen will. Der ist ja schon auch so ein bisschen, wie soll man das sagen, ein bisschen individuell, der Mann. Und er hätte natürlich mit seinen Beinen absolut das Zeug dazu. Ja, ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der früher, also das Weingut hat er ja wieder richtig groß gemacht. Wie gesagt, zehnte Generation. Er hat ein bisschen Donröschenschlaf gehabt, aber er hat es ja dann richtig gepusht, nach vorne gebracht. Und als er da am aufsteigenden Ast war, raketenmäßig, haben die sicherlich bei ihm angeklingelt und fragen. Könnte ich mir denken, ja. Hättest du denn nicht Lust, mitzumachen, ja? Ja, aber dann muss man sich eben auch wieder einigen Regularien beugen und ich vermute mal, dass er da keine Lust zu hat. Ja, da ist er zu eigenständig dafür. Ja, und er hat es eben, ganz ehrlich gesagt, auch gar nicht nötig. Er kann schon seine Weine durchsetzen. Absolut, ja. Ich habe ihn einmal getroffen, also nicht persönlich, sondern ich war auf der Probe bei ihm mal am Stand gewesen. Und er ist schon ein Superstar. Und er versteht es natürlich auch aus Musiker, denke ich. Er spielt da halt zwei Welten und die verbindet er ja auch auf seinen Events, die er da macht. Macht er Musik-Events und auch die Konzerte der Toten Hosen sind zum Teil gecatert mit seinen Weinen. Und da bringt er so Rockmusik und Wein eigentlich zusammen, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick sagen würde, passt es zusammen oder wie oder was. Das macht er schon sehr, sehr gut. Und auch seinen positivsten Sinn, die Selbstdarstellung von ihm, das ist einfach klasse. Weil er halt ein Typ ist mit Ecken und Kanten und macht aber perfekte Sachen und steht dazu auch. Darf er auch, finde ich. Man kann auch sagen, dass man dann was richtig macht oder dass man meint, so gehört es und nicht anders. Aber das ist natürlich, ja, man bietet da schon Ecken und Kanten an, wo halt der eine oder andere hängen bleibt. Und das dann nicht so sympathisch finde. Ja, als Typ und beim Wein vielleicht auch. Aber ich denke mal, der Wein ist jetzt nicht unbedingt Mainstream. Aber es ist auch nicht so außergewöhnlich, dass man, also ich denke, der trifft schon einen guten Geschmack von vielen Leuten. Aber Mainstream würde ich den jetzt auch nicht. Nee, also ich glaube, vom Preis her ist es schon nicht Mainstream, weil für die allermeisten ist die zweite Schallmauer einfach die 10 Euro. Und darüber findet mengenmäßig relativ wenig statt. Ja, für mich stellt sich es jetzt so dar, dass er den Riesling einfach auf ganz urtypisch deutsche Art auf beste Weise interpretiert nach den zwei Weinen. Das ist für mich einfach ein sehr charakteristischer deutscher Riesling mit einer sehr hohen Lagenaffinität, mit einer sehr starken Konzentration auf das Handwerk, auf was letzten Endes auch die Bearbeitung im Keller und im Berg angeht, aber eben auch versucht herauszukitzeln. Und das ist mir immer sehr wichtig, die Typizität für die Region, wo er herkommt, wieder zu spiegeln. Und das ist das, was er eigentlich hier sehr, sehr gut hinkriegt, finde ich. Ja, das ist ja auch wieder der Inbegriff von Terroir, ne? Im Prinzip schon. So, dann schauen wir uns den dritten noch an, St. Remigiusberg, auch 2015. Auffällig ist hier zunächst mal im Glas, dass wir anscheinend noch eine leichte Perlage hatten. Ja, das überrascht mich auch total, muss ich sagen. Nach vier Jahren, schon erstaunlich, zumindest haben sich hier ein paar Gläser abgesetzt am Glasrand. Ja. Und beim Einschenken ist es mir auch schon so vorgekommen, dass man so leichte Perlage noch gesehen hat. Oh. Das ist wie die Verlaute Ektase. Vulkanverwitterung ist das jetzt hier. Ich glaube, das kommt in der Nase sogar durch. So ein bisschen Feuerstein. Das Vulkanische, genau. So flintig. Silex. Ja, wenn man es schwenkt, noch mehr. Schon, ne? Also ich finde, das ist immer, in meinen Seminaren sage ich auch immer, reißt euch zusammen, schwenkt das Glas nicht gleich. Ja. Kriegt erst mal so rein, weil die Unterschiede von Wein zu Wein wirklich dramatisch ausfallen können. Und hier ist dieses Silex. Ja, Silex muss man jetzt vielleicht dazu sagen. Das ist eine Steinsart, die in der Loire zu Hause ist, bei Saucer und Hulifumet. Dort ist ja dieser Feuerstein zu Hause, der dafür verantwortlich gemacht wird, den Wein eine besondere Mineralität oder Salzigkeit zu verleihen. Da im Loireteil ist es Sauvignon Blanc. Hier haben wir jetzt natürlich einen Riesling. Aber diese Feuerstein-Note, dieser nasse Stein, ist auf jeden Fall da. Man riecht schon auch auf jeden Fall die Riesling-Charakteristik, wieder ein bisschen Petrol. Ja. Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir haben jetzt nochmal eine Steigerung, oder? Also was jetzt hier nochmal aus der Reihe tanzt, ist, der Abgang ist nochmal länger. Ja. Und der Abgang hat hinten nach eine Cremigkeit, eine Schmalzigkeit fast schon. Die ist echt erstaunlich. Also ich hätte jetzt, wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich sagen, der Wein lag ewig und drei Tage auf der Feinhefe. Hat Bartonage gemacht, etc. Also das wäre das Unterstoßen vom Dresdorhut, um möglichst viel Extraktion rauszumachen. Ich weiß es nicht, ob er es gemacht hat. Aber wir haben auch hier wieder die Mineralität. Aber die wird hier jetzt noch eingebunden durch eine gewisse Cremigkeit, die mich wirklich fasziniert. Ja, das ist unglaublich weich. Die Säure ist überhaupt nicht mehr spürbar, natürlich im Geschmack schon. Aber nicht jetzt, dass sie irgendwo noch irgendeine Ecke oder Kante hätte. Die Säure wirkt fast dezent, obwohl die ist sicher stärker als im Mund spürbar. Ja. Die Fruchtigkeit ist schon da, aber wunderbar ausbalanciert. Also der Wein ist, ich würde sagen, absolut auf dem Höhepunkt. Würde ich auch sagen, ja. Ja, aber der Schmelz ist schon unglaublich. Kann das sein, dass der eine malolaktische Gärung durchgemacht hat? Dadurch, dass die Säure so smooth ist und die Textur so cremig, würde man das vermuten können? Also was er schreibt auf seiner Homepage, ich verlinke euch das natürlich. Das könnt ihr auch dort alles nachlesen. Übrigens, Analysewerte gibt er nicht bekannt auf seiner Seite. Finde ich, hat auch einen gewissen Charme. Ich weiß es zweimal ganz gerne. Ich auch, ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, die Chemie ist halt nur ein Teil und letzten Endes muss der Wein im Mund überzeugen. Und ich finde die Analysewerte oft hilfreich, vielleicht sein eigenes Geschmacksempfinden nochmal nachzujustieren. Als Anhaltspunkt einfach. Als Anhaltspunkt, dass man überrascht ist, ah, doch so viel Säure, wieso habe ich es nicht geschmeckt? Sich nochmal selber zu hinterfragen, wo muss ich mehr drauf achten? Ist jetzt halt ein sehr akademischer Ansatz, wenn man in dem Bild bleiben möchte. Ist jetzt für Normalkonsumenten vielleicht nicht so wahnsinnig spannend, aber ich verlinke euch die Weine, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Auf jeden Fall behauptet er, dass diese Lage die niedrigsten Erträge und den höchsten Extrakt bringt. Ja, schmeckbar. Schlägt sich auch nochmal im Preis ein bisschen nieder. Da kostet jetzt die normale Flasche 16,50 Euro. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich es jetzt in der Blindverkostung hätte, also ich würde mindestens auf erste Lage tippen, wenn ich höre. Wenn ich höre, genau. Und bei ersten Lagen, gut, die fangen auch bei 15 Euro an, je nachdem wo man ist, aber für erste Lagen von VDP-Mitgliedern wird auch gut und gerne 20 Euro aufwärts verlangt. Und deswegen ist das jetzt, wie es die Frankfurter Allgemeine Zeitung da irgendwann mal geschrieben hat, das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, weil viel für das Geld viel mehr Rieseln kriegt man nicht. Ja, das ist gut ausgedrückt, ja. Und man sollte vielleicht auch diesem Wein wirklich Aufmerksamkeit schenken beim Trinken. Also aus meiner Sicht sind das keine Weine, die man jetzt so nebenbei trinkt, weil es gerade ein netter Abend ist, sondern ich denke, da kann man sich schon ein bisschen mit beschäftigen, ja. Total. Wie siehst du dieses Pairing mit diesem Wein, Food Pairing, also besser Solo trinken oder? Ja, also grundsätzlich ist es so, das ist immer wieder Thema auch in den Seminaren, dass wir in Deutschland natürlich im Vergleich mit anderen großen Weinbau-Nationen eine bisschen sonderbare Weinkultur haben, im Sinne, dass wir viele Weine auch ohne Essensbegleitung trinken, was in anderen Ländern jetzt eigentlich nicht so der Fall ist, ja. Stimmt. Das führt dann oft dazu, dass bei uns Weine, die ausgezeichnete Essensbegleiter sind, aber vielleicht ein bisschen zu sperrig als Standalone-Wein bei uns einen sehr, sehr schweren Stand haben, was dazu führt, dass viele Franzosen bei uns völlig verkannt und unterbewertet sind, weil es einfach meistens Weine sind, die als Essensbegleiter gedacht sind, genauso wie die großen Weine Italiens auch. Spanien tut sich das sicherlich leichter, weil sie gerade in der Rioja fruchtbetontere, schwere Rotweine haben, die man auch ohne Essen trinken kann. Nichtsdestotrotz ist es in Deutschland halt so, dass wir halt auch mit der Dominanz auf den Weißen weinen, natürlich unsere Flagship-Weine sich dazu durchaus auch eignen, einfach ohne Essen getrunken zu werden. Und das sind jetzt schon Weine, die, also wie du sagst, das sind sogenannte Kaminen- oder Philosophen-Weine, wo man jetzt damit Spaß, länger Spaß haben kann, sich auch den Wein als Hauptdarsteller des Abends vorstellen kann. Interessant ist jetzt auch, da sie langsam wärmer werden, wie sie sich da nochmal wandeln, aber nichtsdestotrotz kann ich mir da auch eine ganze Reihe von Essen vorzüglich vorstellen. Gereifte Rieslinge habe ich zum Beispiel immer super gerne, ich hatte das auch schon mal gepostet, glaube ich, bei Instagram, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt hatte. Geräucherter Fisch, wir fahren ab und zu zum Tegernsee, zur Fischerei da im Tegernsee-Ort, die haben geräucherte Saiblinge, dazu gereifter Silvaner oder Riesling. Das ist einfach, das ist einfach, also, ja, ich bin nicht gläubig, aber das ist schon sowas, wo man in Gefahr gerät, irgendwie an eine höhere Instanz zu glauben, weil es einfach von der Kombination her so göttlich ist. Also anders kann man es fast nicht sagen. Wenn Rieslinge ein bisschen mehr Restsüße haben, haben die jetzt nicht, aber der spielt es halt aus durch den Fruchtextrakt und die Komplexität, passen auch sehr, sehr gut zu asiatischem Essen, gerade halbtrockene Rieslinge sind perfekt für indisches oder chinesisches Essen. Gerade wenn die auch noch eine Schärfe dann mitbringen. Genau, weil höhere Restsüße bedeutet immer weniger Alkohol und Alkohol verschärft oder verstärkt den Schärfegeschmack im Mund, deswegen passen halbtrockene Rieslinge durch ihre exotische Frucht und gering Alkohol perfekt zu indischen oder asiatischen Essen. Also der Riesling ist einfach auch ein Allrounder, aber ganz klassisch Weißnudeln mit weißen Soßen, Fisch, Meeresfrüchte. Da geht viel, ja. Aus, dann weiß ich jetzt nicht genau, da ist vielleicht, bräuchte ich vielleicht noch ein bisschen säurebetont, ein bisschen schlankere Weine dazu. Ja, da ist vielleicht doch ein bisschen zu viel Aromatik auf den Weinen drin. Ja, genau. Das ist so Riesling vielleicht jetzt nicht so geeignet, ja. Reden wir nochmal alle drei nacheinander? Jetzt werden sie alle ein bisschen wärmer. Haben sich alle etwas verändert, also. Da würde ich sagen, der Erste riecht immer noch sehr salzig und mineralisch. Ist tatsächlich das schlankeste. Dass man Salz riechen kann, aber. Ja, ist schon. Tatsächlich das schlankeste. Wenn du jetzt eine Reihenfolge bestimmen müsstest. Ranking von der Qualität? Oder was dir auch am besten schmeckt oder auch objektiv. Objektiv. Boah, das ist ganz schwer. Da muss ich nochmal kurz schauen. Der Letzte. Ist unglaublich, unglaublich rund. Auch jetzt immer noch. Jetzt gehen sie schon in Richtung Zimbertemperatur. Das probiere ich nochmal den Zweiten. Ja, das sind sie am oberen Ende von der Temperatur. Schwer, wirklich schwer zu sagen, welchen ich am besten finde. Also ich finde den Ersten sehr überzeugt durch seine etwas schlankere Stylistik. Da kommt das Salzige noch ein bisschen durch, auch im Geschmack noch. Vielleicht für Meeresfrüchte noch am ehesten. Genau, genau. Der hat auch die dezenteste Frucht. Der zweite und der dritte, die haben eine etwas ausgeprägtere Frucht. Die sind ein bisschen noch weicher. Also ich würde sagen, von der Reife und von der Trinkfähigkeit würde ich sagen, ist der dritte am perfektesten. Und je nach, wie gesagt, je nach Gewunsch, was man vorhat oder Geschmack, ob man das jetzt solo trinken möchte oder als Essensbegleiter, würde ich sagen, der beste Essensbegleiter ist der Erste. Und der Zweite liegt irgendwo dazwischen. Also die Reihenfolge, die passt natürlich auch perfekt. Haben wir ganz gut getroffen, ja. Also ich kann, ich habe jetzt gerade keinen Favoriten, ja. Ja. Finde ich auch gut, dass du das so sagst, weil, ich meine, hier vergleicht man jetzt nicht Äpfel mit Birnen, das will ich jetzt nicht sagen. Aber oft ist es ja auch müßig zu sagen, welcher war jetzt der beste oder nicht. Im Prinzip muss das Gesamtpaket für sich stimmen. Und was wir jetzt hier zeigen wollten, was wir jetzt hier zeigen wollten, war die Ausdruckskraft von Riesling in Hand von einem Top-Winzer. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen, er erzählt sicherlich zur absoluten Speerspitze bei den Riesling-Winzern. Und da sieht man einfach, was können mit dem Glück, nenne ich es mal, die besten Lagen zu haben. Mit der absoluten Konzentration auf Qualität, was da eben rauskommt. Was auch für eine Bandbreite an Stilistik möglich ist, innerhalb einer Rebsorte. Ja. Ich werde oft gefragt, was ist Ihre Lieblingsrebsorte oder ich höre immer wieder, Riesling trinke ich das Prinzip nicht. Oder ich kriege davon Sohnbrennen oder was auch immer wegen der hohen Säure. Das ist mein Eindruck, das ist oft eine Kopfsache. Und allein jetzt bei diesem kleinen Flight, den wir hier hatten, sieht man einfach, wie groß die Bandbreite ist. Und man muss sich, finde ich, oder ich rufe dazu auf, sich freimachen von dieser Fixiertheit auf eine Rebsorte sich einzuschießen oder auch eine grundsätzlich auszuschließen. Das ist beides. Das ist nicht ideal, würde ich sagen. Weil die Bandbreite, selbst innerhalb einer Rebsorte, wie man jetzt ja hier gesehen hat, ist einfach riesengroß. Und man nimmt sich viel Spaß an der ganzen Weinwelt, wenn man nicht aufgeschlossen ist und halt auch mal Sachen probiert, wo man vielleicht selber nicht kaufen würde. Und man findet dann halt eben auch so schöne Entdeckungen wie jetzt ein bisschen gereifte Verschließling. Ja, kann ich nur bestätigen. Und ich kann auch nur dazu ermuntern, wirklich, wie du schon sagst, probieren. Und nicht irgendwelchen festgefügten Dingen nachzugehen, das mag ich nicht, das mag ich doch. Probiert, weil das ist eine unendliche Bandbreite. Und vielleicht merkt man irgendwann das, was man vielleicht früher nicht mochte. Man entwickelt sich ja auch mit dem Geschmack. Genau so ist es. Dann würde ich sagen, das Thema des Abends ist, probieren geht überstudieren. Auch wenn es jetzt nicht den aktuellen Zustand quasi in der Weinakademie trifft. Aber probiert mehr guten Wein. Das ist, glaube ich, das, was man festhalten kann. Gut, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Mit der heutigen Buchempfehlung möchte ich euch ein Buch ans Herz legen, was mir tatsächlich sehr, sehr wichtig erscheint und wichtig ist. Und zwar empfehle ich euch das Buch Die hohe Schule für Weinkenner von Emil Penault. Das ist ein richtiger Klassiker. Das Buch ist sehr alt schon. Es ist 1995 erschienen und ist ein relativ großes Buch, ein großformatiges Buch, größer als DIN A4. Und ist über die Shownotes mit dem Amazon Affiliate Link für circa 49 Euro zubeziehen. Ja, warum heute dieses Buch und warum liegt es mir so am Herzen? Zum einen ist Emil Penault einer der ganz Großen in der Weinwelt gewesen. Er war ein ganz prägendes Element in der Weiterentwicklung der Weinherstellung. War tätig im Bordeaux, ging dort auch zur Schule und hat dort seine Ausbildung gemacht. War am Schluss auch Professor und hat mehrere Bücher erfasst, verfasst. Er hat auch mit seinen neuen Denkansätzen und Methoden maßgeblich dazu beigetragen, die Weinwelt voranzubringen. Er war beispielsweise auch einer der Ersten, die die Wichtigkeit des biologischen Säureabbaus, der sogenannten malolaktischen Gärung, zu erwähnen, sie zuzulassen, sie zu kontrollieren und letzten Endes zu perfektionieren. Er war der Erste, dem es wichtig erschien, bei der Maischevergärung die Temperatur zu kontrollieren. Das mag jetzt banal klingen, aber das waren wirklich wegweisende Schritte, die er mit seiner Forschung und Arbeit entwickelt hat und die heute zu einer völligen Selbstverständlichkeit geworden sind. Aber dieses Buch ist eben für Weininteressierte geschrieben. Das Tolle daran ist, dass es sehr grundsätzliche Themen behandelt, wie Wein auch genossen wird oder beschrieben werden kann. Und ich denke, da kann ein Einsteiger als auch ein Fortgeschrittener noch sehr viel daraus ziehen. Und es ist halt einfach auch immer wieder schön, von wirklichen Größen das Wissen in sich aufzusaugen. Deswegen ist dieses Buch wirklich hervorragend. Es passt auch ganz gut in diese Episode, weil nämlich durch das, was er als Arbeit geleistet hat, war er eben maßgeblich daran beteiligt. Und Terroir im Sinne der traditionellen Herstellungsmethoden auch den Begriff Terroir neu zu definieren, ein Stück weit. Und auch das zu, ja wie soll man sagen, auf wissenschaftliche Art und Weise die Weinherstellung zu perfektionieren. Und somit hat er auch dazu beigetragen, den Begriff Terroir neu zu definieren an der einen oder anderen Ecke. Und auch da schließt sich dann letzten Endes der Kreis wieder. Er hatte auch einen Schüler, Michel Royant, der seines Zeichens Winzer auch im Bordeaux auf der rechten Seite war. Und beide waren ja die erst noch bekanntesten Flying Winemakers. Und sein Schüler Royant hat quasi gemeinsam mit Robert Parker auch ganz wesentlich die Weinwelt beeinflusst. Der eine durch seine Vorlieben und sehr, sehr guten Beschreibungen vom Wein. Und auf der anderen Seite der Weinberater, Flying Winemaker, der einen ähnlichen Geschmack hat und damit vielen Weingütern dazu geholfen hat, bei Robert Parker eine sehr hohe Punktebewertung und damit wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen. Und so schließt sich letzten Endes der Kreis als Weintrinker, Kenner, als fundierter Weinkenner, der sich ein Wissen aneignet über die Forschung, die Herstellung, Beurteilung. Und so schließt sich für mich der Kreis. Und dieses Buch vom Pinot lässt ein Stückchen an diesem Kreislauf und Mechanismen beim Weingenuss teilhaben. Also vielleicht jetzt ein bisschen großen Bogen geschlagen, aber dieses Buch ist wirklich eines derjenigen, wo man als Weintrinker, Kenner, der sich voranbringen möchte, am meisten herausziehen kann. So, liebe Zuhörer, dann kommen wir schon langsam aber sicher ans Ende dieser wieder eher langen Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht. Die nächste Episode wird am 01.02.20 erscheinen. Dort werde ich dann eine Winzerin zu Wort kommen lassen, und zwar Claudia Schug, eine deutschstämmige Amerikanerin, die in Sonoma nördlich von San Francisco ein Weingut betreibt und dort sehr, sehr leckeren, kühlen, kalifornischen Wein erzeugt. Ich denke, es wird langsam Zeit, nachdem wir schon einige Interviews über Händler und Experten hatten, über verschiedene Themen, werden wir jetzt langsam auch mal Zeit, die Leute zu Wort kommen lassen, denen wir den leckeren Wein auch verdanken. Und es passt natürlich auch jetzt in den größeren Rahmen, dass wir uns in den nächsten Ausgaben mit der Herstellung des Weines beschäftigen wollen. Deswegen werden die nächsten Ausgaben Winzer zu Wort kommen und den Anfang macht, wie gesagt, Claudia Schug. Das wird dann am 01.02.20 sein, für die 21. Episode. Irgendwie haben wir heute viele Nuller, Einser und Zweier bei den ganzen Zahlen. Die normale, was heißt normale, die nächste Seminar-Ausgabe wird dann am 22.02.20, Ausgabe 22 sein. Und zwar werden wir uns dort mit Weinen beschäftigen, die keinen Schwefelzusatz haben. Schwefel an sich, das erkläre ich dann beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer, ist ja ein Konservierungsmittel für Wein, was ihn länger haltbar macht, um mikrobiologische Prozesse im Wein zu stoppen oder gar nicht entstehen zu lassen. Und es gibt eben auch eine eigene Kategorie, würde ich es vielleicht nennen, mit Weinen ohne Schwefelzusatz. Und die haben ein ganz eigenes Geschmacksprofil und das gilt es auch zu kennen, zu mögen, weiß ich nicht, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall sollte man wissen, was der Schwefel mit dem Wein macht, beziehungsweise wie die Weine schmecken, wenn man den Schwefel rauslässt. Das ist eine kleine Nische, das sind besondere Weine, deswegen auch nicht vielleicht ganz leicht zu beziehen. Ich habe die Weine in dem Shop ProBioWein besorgt, dort gibt es eine relativ große Auswahl, aber auch bei anderen Shops könnt ihr entsprechende Weine finden oder ihr nutzt die Weinsuchmaschine Wein.cc. Ich in jedem Fall habe einen weißen und einen roten fürs übernächste Mal vorgesehen, und zwar aus Spanien kommen beide Weine. Das liegt daran, dass Spanien, ja, ich möchte nicht sagen Vorreiter, aber dass dort der alternative Weinbau oder Ausbau in dem Fall durchaus ernst genommen wird und vorangetrieben wird. Und zwar hatte ich als Weißwein einen Verdejo aus der Rueda von den Bodega Menade. Der nennt sich Nosso, findet ihr aber auch alles dann noch in den Shownotes, beziehungsweise in der Überblick der Weine. Und der rote ist ein Tempranillo aus La Mancha von den Bodegas Parra, beziehungsweise Irchimpa. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. La Mancha, ein Riesengebiet, sehr trocken, sehr heiß, was sich natürlich anbietet. Das Letztere ist sogar ein Demeter-Weingut, aber es wird auch noch eine dezidierte Folge für biodynamischen Wein geben. Das soll beim nächsten Mal noch nicht das Thema sein, sondern eben nur das Verzichten auf Schwefel. Also besorgt euch einen Weißwein, am besten einen Verdejo ohne Schwefelzusatz und einen Tempranillo ohne Schwefelzusatz. Und ja, das soll es für den Jahresbeginn gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, die etwas längere Episode 20 vom Weinverstehen leicht gemacht zum Thema Terroir hat euch gefallen. Bitte lasst mich wissen, wie euch die neue Seite gefällt. Ich hoffe, mit dem neuen Design und der Fokussierung euch angesprochen zu haben. Hinterlasst bitte Kommentare auf iTunes oder wo auch immer ihr mich hört oder schickt mir Fragen, bewirbt euch für ein Mitmachen bei der Verkostung. Habt ihr Lust, was zu gewinnen, nehmt teil am Gewinnspiel, nämlich welcher französische Wein wird ähnlich wie Sherry hergestellt und schmeckt auch ähnlich. Dann freue ich mich auf das Interview mit Claudia Schug. Am 01.02.20 und verbleibt wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Florian. Ciao, servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, bis zum nächsten Mal.